Chat GPT Ihr habt bestimmt alle das schon irgendwo gesehen davon gelesen, die neue AI die unsere alle Probleme löst und ich stelle mir heute die Frage löst es auch die Probleme vom Shisha rauchen? Ich werde heute so tun als ob ich keine Ahnung habe von Shisha rauchen und versuche mit Chat GPT mir einen Kopf und Shisha ready zu machen und schauen wie das Ganze dann läuft Ich würde sagen wir gehen direkt mal rein und fragen die erste Frage hier Wir haben hier Chat GPT, ihr seht das neue Chat hier und ich kann jetzt hier einfach etwas schreiben Ich denke das erste wird mal sein Was brauche ich alles um Shisha zu rauchen Ja, wir bleiben gefährlich und so Aber ich denke der hat uns mal alles ausgespuckt was wir brauchen Wir brauchen einmal Shisha Pfeife, Tabak, Kohle, etwas um Kohle anzumachen, Unterlage, Schere und Reinigungswerkzeuge und Reinigungswerkzeuge, das ist doch schon mal gut Ok wir wissen jetzt schon was sich braucht und frage ich einfach mal welche Shisha ist die beste Es gibt keine beste Shisha, da hat die Wahl der richtigen Shisha fürs sie auf persönliche Vorliebe und Bedürfnisse ankommt Das ist alles was ich schon die ganze Zeit sage Einer geringen So vergleichen sich über Vor- und Nachteile ihrer Option im Plan zu sein bevor sie eine Entscheidung treffen Kannst du mir ein Modell empfehlen? Ganz wichtig ist noch die Daten an denen ChatGPT trainiert wurden sind Ende 2021 vorbei gewesen Das heißt alle Inputs womit es trainiert wurde sind vor 2022 Das heißt vielleicht sehen wir da noch ein paar alte Inputs oder so Ja der sagt mir jetzt wieder dasselbe wie vorher Was sind gute Shisha her? Beldorf, Marvkeln So Beliebte Marke sind Aladdin, diese Marke bietet eine große Auswahl von Shisha in verschiedenen Grössen und Stilen KM ist ein... Was ist KM? Kalimamun KM steht wahrscheinlich für Kalimamun Maja ist eine weitere beliebte Marke die eine Shisha in verschiedenen Grössen und Designs anbietet Kalimamun Na gewiss normal Kalimamun Sehr sehr traditionelle Marken hier Und statt nichts modernes Aber Aladdin haben ja auch ein paar moderne Und ich denke ich hole mir da mal eine Aladdin Beifee Da hat mir das der Chat vorgeschlagen Uff Noch ganz wichtig Es ist wichtig zu beachten dass es nicht immer notwendig ist eine teure oder bekannte Marke zu wählen Um eine gute Shisha zu erhalten Es lohnt sich die Zeit zu nehmen verschiedene Optionen zu vergleichen Und sich über Vor- und Nachteile jeder Marke im Klaren zu sein Ich bin joblos Ich bin joblos Dann haben wir uns die Aladdin 5 Firma gekauft Dann gehen wir weiter Wie bereite ich eine Shisha zum Rauchen her? Du musst immer etwas aufpassen mit Rauchen und so dass Mager manchmal nicht So wegen Gesundheit und so was natürlich verständlich ist Also Füllen Sie das Wasser in den Schafter Shisha Füllen Sie das Wasser so weit in den Schaft dass es etwa 1-2 cm unter dem oberen Rand des Schaftes liegt Ist schlecht erklärt Aber ich denke das hat auch etwas mit der englischen Übersetzung Die es teilweise ja mag zu tun Es sollte einfach 1-2 cm das Tauchrohr bedecken was komplett korrekt ist Denken Sie den Kopf der... Oh jetzt gehen wir schon ganz schnell voran Setzen Sie den Kopf der Shisha auf den Schaft und sichern Sie ihn mit der Befestigung schrauben Was machen wir jetzt? Ok also Wasser rein hat er mal gesagt Das war ich auch alles was ich wissen wollte dass er mal sagt Wasser rein Und dann nächste Frage Welcher Kopf ist der... Beste? Sie geben keinen besten Kopf für eine Shisha Tags jede ganze Zeit Köpfe für Shisha werden aus verschiedenen Materialien hergestellt Wie zum Beispiel Brasile, Schalow, Keramik oder das Material sein Vor- und Afteile Wenn Sie bereit sind mehr Geld ausgeben, gibt es auch viele hochwertige Köpfe die möglicherweise ein längere Leben sauer haben und bessere Lauch nehmen Zum Beispiel integrierte Ventile oder Regulierungen der Luftzufuhr Also ich habe jetzt noch mehr einen Kopf gesehen der regulierte Ventile und der Regulierung der Luftzufuhr hat Aber... Ok... Nenne mir gute Shisha Kopfmarken Ich habe keinen Amy-Kopf 4 Ähm... Kannst du mir Deutsche machen nennen? Deutsche oder... Russische Aladin hatten wir vorher schon Amy? Ok, Amy hatten wir auch vorher schon Habe ich leider keinen Kopf hier Mach ich ja Kalimamon ist nicht Russisch Kannst du mir 20 mehr 10 sollte schon reichen 10 Marken von Shisha Koffer Kildern Äh... Maya, Kanimamon, Aladin, Amy, Narbisch, KM, Kaya, Somo, Nagelius, Donate Wir haben Sommer Ich habe Sommerköpfe hier Ich glaube das ist jetzt zu spezifisch Was? Jetzt... Jetzt erzählt er mir Müll Ok, es ist Jetzt macht er Full Cap hier Es macht er Full Cap Es gibt verschiedene Käpfe in Sommer Zum Beispiel Sommer Glas, Sommer Keramik und Sommer Edelstahl I doubt it I doubt it Vielleicht weisst es mehr als ich Aber ja Wir nehmen jetzt einfach irgendeinen Sommerkopf Zerbrösen Sie den Tabak Zerbrösen Sie den Tabak Falls er noch nicht in der gewünschten Form ist Füllen Sie den Tabak in den Kopf Füllen Sie den Tabak in den Kopf Drücken Sie ihn leicht an damit er feste in den Kopf passt Legen Sie eine Folie über den Kopf Legen Sie eine Folie über den Kopf Der Shisha Sichern Sie mit einem Gummi oder einem Klipp Bohren Sie Löcher in die Folie Wenn es um Sitzemanagement bei der Verwendung einer Shisha gibt Gibt es einige Möglichkeiten wie Sie die Hitze regulieren können Wenn nun Wenn Sie weniger Kohle Wenn Sie eine Schale Einiges schießen hat man eine Schale in der Sie Eiswürfen legen können Der wird am Ziel vorbei geschossen aber ok Wenn Sie einen Ventilator Einige Köpfe haben integrierte Ventile oder nirgendwo Luftverwirr Wenn Sie eine Folie mit weniger Löcher Wenn Sie weniger Löcher in die Folie bohren können Sie die Luftzufuhr reduzieren und damit auch die Hitze Ähm Nein ich glaube das ist falsch Weil weniger Löcher wird zwar die Luftzufuhr kleiner aber es staut sich mehr Hitze Das vertraut dem Ding nicht einfach blind Es ist gut Es ist auf jeden Fall gut Aber es ist noch lange 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 nicht perfekt und es sind einige Dinge die nicht richtig sind Wie das jetzt zum Beispiel Ok Also empfiehlt mir Alufolie Dann nehme ich hier einen Alpaca Cyrook In der Soma Edition Wie es mir das gesagt hat Dann schauen wir mal welchen Tabak wir nehmen Wenn dir das Video gefallen hat dann abonniere jetzt unseren Kanal und gib uns einen Daumen nach oben So verpasst du keine Videos und unterstützt uns gleichzeitig Wir würden uns sehr freuen wenn du Teil unserer Community werden würdest Klick jetzt auf das Abonnieren Button und mach mit Äh Daumen nach oben und Abo und Kommentar nicht vergessen Danke Kuss Ich schein Tabak ist der beste Es gibt keinen besten Tabak der spricht mir aus der Seele Das liegt auch daran dass das Ding hier einfach nichts empfehlen möchte Weil es ja eigentlich nicht irgendwie ein Kaufgerater sein soll der gleich sagt Ja das ist das beste ganz oberflächliche Antworten Ok das hat uns jetzt nicht viel genützt Nenne mehr den guten Ischer Tabak Marken Alpaca Ok Na klar Starbust Tenshiers Umari Alami Uka Frick Social Smoke Masaya Hayes Ok Ami und Radilastig So mit Hayes Umari Tenshiers und Starbust So weit oben Merkt man wahrscheinlich dass sehr viele amerikanische Daten hier reingekommen sind Aber Dann nehme ich Wunder ob ich das Ding zeigen kann wie ich Tenshiers bauen kann Weil der Kopf ist auch perfekt für Tenshiers geeignet Er hat mir Tenshiers ausgespuckt Also wie baue ich Tenshiers Tabak richtig im Kopf Und drücken sie ihn leicht an Ok da merkt man schon dass er nicht spezifischen Tenshiers Content gefunden hat Weil Tenshiers wird oft so gebaut Legen sie eine vorne über den Kopf legen sie eine vorne über den Kopf der Shisha Ich weiss nicht was sichern sie sich mit einem Gummi oder einem Clip heisst Ok machen wir Tenshiers sehr fein geschnitten ist schon in der richtigen Form da muss ich nicht mehr zerbröseln Füllen sie den Tabak in den Kopf der Shisha und drücken sie ihn leicht an damit er fest im Kopf passen Wie hoch soll ich den Tabak bauen? Wenn der Kopf kleiner ist soll sie den Tabak niedriger packen um Platz für die Kohle zu lassen Was? Wenn sie mehr Tabak verwenden soll sie den Tabak höher packen um sich zu sehen dass genügend Luft durch Ok das ist jetzt kompletter Bullshit den er jetzt schreibt gerade Sind dicker als andere Ok er ist los er ist maximal los Ich starte kurz einen neuen Chat Tenshiers Wie hoch soll ich den Tabak bauen und wie viele Lagen Alufolie Beginnen sie mit einer dünnen Schicht Tenshiers Tabak im Boden des Kopfes Der Tabak sollte locker und gleichmäßig verteilt sein ohne glommender Lücken Fügen sie eine weitere Schicht Tenshiers Tabak hinzu Drücken sie sie leicht an um festzumachen Wenn sie eine Gabel oder einen anderen Gegenstand um den Tabak zu glätten Wiederholen sie den Tabak Achten sie darauf dass der Tabak nicht zu hoch gepackt wird Da dies dazu führen kann dass er durchbricht Wenn sie den Kopf aussetzen Ich denke das heisst dass er zu heiss wird das durchbricht Irgendwas falsch übersetzt Legen sie eine Schicht Alufolie über den Kopf Eine Schicht steht Folie sollte glatt im Faltenfall sein und Kopf frisch angebrengend werden sollen In der Regel reicht eine Schicht Folie aus Aber manchmal sind zwei Lagen eine Folie Insbesondere wenn der Kopf sehr groß Oder der Tabak sehr feucht ist Experimentieren sie ein wenig Finden sie heraus was für ihre Schicht am besten funktioniert Dann das passt Hat schon lange nicht mehr Alufolie gebaut Aber ist nicht echt So Ähm Welche Shisha Kohle soll ich für diesen Kopf verwenden Verschiedene es gibt verschiedene Arten von Shishakohlen Eine beliebte Wahl ist die Holzkohle Nachteil von Holzkohle ist Dass sie länger braucht um zu entzünden Und sie kann Manchmal einen leichten Gittern Geschmack hinterlassen Ja das ist jetzt etwas untertrieben haben Ja Bambuskohle Okay gibt es Bin ich nicht der grösste Fan von Okuskohle Perfekt Es gibt Metallkohle Die aus Aluminium oder Metall hergestellt wird Und schnell entzündet Äh Sie ist langlebig Ich sage weniger auch Aber sie kann manchmal einen metallischen Geschmack hinterlassen Äh Bis zu der Metallkohle war ich da komplett bei denen im Boot Wie entzündet Gestikohle Eine Möglichkeit ist sie auf einem Gasherd Oder einer anderen Art von offenem Feuer zu entzünden Korrekt Eine andere Möglichkeit ist ein Kohleentzünder zu verwenden Dies ist ein spezielles Werkzeug Okay Kohleentzünder Es ist Ich will eigentlich sowas wissen wie Vielleicht noch ein Gitter oder so Oder ein Gitter drum Mir Fällt Die Kohle Immer Runter Es kann frusierend sein wenn die Kohle immer wieder von der Alu Folie fällt während sie versuchen eine Shisha zu rauchen Das sind ein paar Tipps Wie sie verhindern können dass die Kohle von der Alu Folie fällt während sie versuchen eine Shisha zu rauchen Wenn sie genügend Kohle um stabile Basis schaffen und sie zu wenig Kohle verwenden Kann sie sich leichter von der Alu Folie verhindern Kann sie sich leichter von der Alu Folie verhindern Da mit der Babri soll ein Gitter benutzen Das ist alles was ich will Ich will Nur das Gitter Gibt es ein Irgendland der das Herunterfallen verhindert Eines dieser Werkzeuge ist ein Kohlehalter oder Kohlebügel Was Das ist ein kleines Gelett Das auf der Alu-Platse Und dahinter das Ikone runterfällt Während sie erhitzt wird Kohle Hit Also das sind in der Regel aus Metall Eine Alu-Platse Und ist ein Kohleberg Der auf der Alu-Platse Platziert wird Und die Kohle hält Während sie erhitzt Sagen wir doch einfach nur Dass ich das scheiss Gitter verwenden soll So ich habe jetzt die Kohlen extra etwas früher weggenommen Und jetzt betende ich einfach mal Dass ich einen Zug nehme Und dann schreibe ich Meine Ischer Denkt Nach Kohlen Was Kann Ich Machen Wenn sie hochwertige Kohlen Billige Kohle kann giftige Substanzen erhalten Wow 10 von 10 erste Antwort Jetzt sage einfach noch Dass sie richtig durch sein müssen Auch true Wenn sie zu viel Kohle finden können Ist dazu führen dass der Tabard zu heiss wird Und bitter schmeckt Ist aber nicht das Problem Mein Problem ist gerade Dass die noch nicht ganz an sind Nächste Frage Meine Isch auch Trau Nicht Der Tabard richtig Der Kopf richtig gebaut ist Stronger Stronger erste Antwort So und der Kopf läuft Ich habe den auch gebaut Wie ich den immer bauen würde Also da keine grosse Überraschung Aber für allgemeine Fragen Kann das ein sehr sehr stronges Tool sein Aber muss das ganze immer etwas kritisch beachten Weil teilweise einfach Schmutz erzählt wird Und das Das raus ballert mit deiner Nach Sicherheit Sagen nicht dass es könnte sein Sondern so es ist so Und es ist halt Obviously falsch Das ist dann etwas kritisch Und ja das war jetzt nur eine ganz ganz Die minimalste Nische was ChatGPT kann Wenn ihr noch nicht damit rumgespielt habt Probiert das Ding aus Es ist wirklich crazy Und auch beängstigend was das Teil machen kann Und ja Danke dass sie sich dieses Video angeschaut haben Indem ich ChatGPT verwendet habe Um meine Shisha vorzubereiten Ich hoffe sie haben etwas interessant gefunden Und vielleicht sogar einige nützliche Tipps und Tricks gelernt Vergessen sie nicht immer auf beantwortungsvoll und sicher zu rauchen Und vielen Dank noch einmal dass sie sich das Video angesehen haben Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal